Musik Roll einmal den Führerschein und den Fahrzeugschein bitte. Ich rieche Alkohol. Haben Sie was getrunken? Busführerschein? Ich bin bei der Hochbahn. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Geh! Ich bin bei der Hochbahnhof. Bis zum nächsten Mal.